ja hallo lieben ist es ja schon mal der parteioport bzw. coach diploma psychologe diesmal wieder blog und umgetrieben dating beziehung und liebe genau meine arbeit findest du auf liebeschip.de da kannst du mir auch so eine nachricht schreiben wie diese hier heute geht es mal wieder um eine bestehende beziehung mache ich auch mal ganz gerne mal und die probleme die es da gibt vor allem wenn jahrzehnte zusammen ist aber man ist irgendwie nicht happy und ja manchmal ist es ja auch so dass können wir uns hier mal gucken ob das hier so der fall ist es einfach nicht genug schlimme sachen passieren obwohl eigentlich schlimme sachen passieren aber einfach nicht genug dass man rausgeht und das kann manchmal echt ein ganz blöder punkt sein und genau da und zwar ist das von florence und sie schreibt lieber christian also einen monaten arbeite ich durch deine bücher podcast und kurse sowie von stephanie stahl chronologisch durch in der hoffnung klar in mein leben zu bringen viele erkenntnisse habe ich schon zum beispiel bin ich laut stephanie stahls persönlichkeitstest der beziehungsminister und vom bindungstyp der überangepasste ja ich mache auch immer wieder gern ich habe ja auch also ich persönlich präferieren anderes persönlichkeitssystem das kann die auch sonst machen bei mir auf der webseite muss man sich mal einmal anmelden und dann könnt ihr persönlichkeits test machen so einen groben und auch ein verliebtheitstest manche fragen sich ja ist meine verliebtheit noch okay oder vielleicht ein bisschen drüber raus den gibt es auch neben auch dem umsonst paket was es da gibt da muss ich also rede ich auch nicht drüber so also gleichzeitig agiere ich eine konfliktssituation mit dem partner passiv-aggressiv also was jetzt hier gut finde ist dass du gleich guckst wo mache ich was wo macht er was also es ist es ist ja nicht für mich auch mal schwierig mit diesen e mails natürlich ist das jetzt nur eine sichtweise ich weiß dass häufig aus der partherapie und auch aus e mails manchmal schreiben ja beide partner dass die sichtweisen sehr unterschiedlich sind und versucht irgendwie zu gucken was könnte der fall sein und deswegen finde ich das immer sehr löblich wenn man auch gleich bei sich guckt seit drei jahren bin ich auch in therapien und hoffe ich dass du meinen brief auch einmal mit deinen tollen kommentaren thematisierst denn vielleicht haben andere menschen ähnliche probleme ich stehe immer wieder vor der frage wie trenne ich mich überhaupt noch nach 367 jahren beziehung also jahrzehnte wenn ich immer wieder die bedürfnisse des partners nicht erfüllen kann will wir toxische phasen beziehung vielen zermöbenden streit haben sie schon körperliche beschwerden bei uns beiden dadurch zeigen und ich schon seit über drei jahren immer noch nach eskalierenden phase nach einer wohnungssuche bei einer zusage dann aber doch nicht den absprung schaffe erstmal alles menschlich verstehe ich absolut und das ist wirklich manchmal ist es wirklich leichter wenn er oder eine beziehung so richtig komplett scheiße ist oder geworden ist wenn es überhaupt keine fragen mehr gibt dass es einfach nicht funktioniert das ist manchmal leichter als wenn man so zu tode gekocht wird wie der frosch in dem wasser dieses gleichen ist ja jetzt kann ich an der stelle kann ich schon sagen wenn man also so sehr zweifelt an der ehe also was ich dann immer in der paartherapie mache ist dass ich dann frage so könnt ihr euch jetzt vorstellen so 90 zu werden und ich bin sicher ihr beide oder du würdest sagen nee auf gar keinen fall und wenn man sich das mal durchspielt kann ich das eigentlich so weitermachen oder will ich so kann man auch schöne übungen ausmachen wie ich so auf mein leben zurückgucken dass ich diese art dass ich jetzt so weitergelebt habe bis 90 da wird sogar jetzt sagen no fucking way und dann weiß man auf jeden fall dass ich was ändern muss also der der ungünstigste punkt aber da seid ihr jetzt nicht allein mit das sage ich bei den allermeisten paaren in seiner situation der ungünstigste punkt ist wo ihr gerade seid weil ihr seid sozusagen zwischen etwas und besser wäre es würde sich irgendwie auflösen oder man würde sich trennen aber an diesem punkt zu bleiben wo ihr jetzt seid das macht aus meiner sicht keinen sinn so eine das kann ich auch schon mal sagen so zu meiner situation ich bin ende 40 ja seit fast 30 jahren einer beziehung seit vielen jahren verheiratet haben kinder gute jobs großes haus alles sieht nach außen gut aus ja also ihr seid eigentlich das typische paartherapie paar das ist eigentlich absolut typisch scheinbar alles gut aber hinter der fassade rottet alles vor sich hin teenager kinder teenager kinder teenager kinder trägern das häufig sehr stark weil die außen und nach draußen gehen logischerweise alltags entsprechend und man dann auch so das entsteht auch so raum und man wird nicht mehr so gebraucht und dann kommen noch mal wenn eine beziehung dann sowieso schon wackelt dann fängt sie richtig an zu wackeln also paar kommen eigentlich immer so eine übergangssituation und das ist eine der ihr seid auf jeden fall also was ich jetzt auch schon das habe ich auch schon angesprochen die frage wäre das wird auch glaube ich nirgendwo diskutiert ob ihr nicht mal eine paartherapie machen solltet so ne ja streit und kritik gibt schon seit anfang an das ging meistens von seiner seite aus weil ich eh alles nämlich hineinfresse und nicht ansprechen mag ich sammle bis das fast überläuft ja das ist aber auch so eine manchmal co-abhängige strategie dass man ja 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 sagt und irgendwann ist konnte so verfüllt dass man aus flippt und dann sagt der partner warum flippst du aus und was ist mit dir los also wäre sicherlich wichtig dass du sachen früher ansprichst also da hat einige an verstärken sich die streit so sehr dass ich phasenweise noch weg möchte immer wenn dann eine wohnungszusage da ist was ja auch schwierig ist heutzutage und das ist jetzt der fall mache ich einen rückzieher und verspreche meinem partner mich zu bessern seine bedürfnisse zu erfüllen und damit zu arbeiten ja also was natürlich schon so ein weiß nicht ob das so ist aber tendenziell co-abhängigen sprachstil hier wieso muss dein partner sich denn nicht bessern wieso musst du dich nur bessern und wieso musst du dir musst du versprechen dich zu bessern also das zeichnet mir dass du klar jeder zu seinen anteil aber dass du da in einer unterlegenen position bist und vielleicht hängst du es noch zu sehr an ihm und dann ist er so einer stärkeren position und sagt du musst du musst dich ändern du musst dich ändern aber ja klar hast du auch mal momente wo du vielleicht vielleicht auch lauter wirst kann man natürlich alles auf den partner schieben aber ich kann es trotzdem verstehen weil du ja schon mal eine situation bist wo du immer unglücklicher wirst so ne und wie gesagt das gefällt mir nicht so richtig dass du dann irgendwas machen muss und warum nicht er oder warum nicht beide ne aber muss ich denn alle bedürfnisse erfüllen nee du musst vor allen dingen erfüllen also ich kann euch immer wieder sagen sind da ganz viel pluspole vielleicht co-abhängige menschen auf dem kanal ich meine die welt wird sowieso gerade ich weiß nicht vielleicht wird das irgendwann mal wieder anders wird immer egoistischer und ihr geht unter ihr geht einfach fucking unter in dieser welt wenn ihr wenn ihr nicht an euch denkt so nicht mal ich sage jetzt nicht dass jeder zum egoisten werden soll wirklich ich hasse dass mich der letzte erst sagt aber ihr müsst auf eine gute art an euch denken und du an dich hier schreiberin weil es macht sonst keine und ich werde einfach wenn du immer der oder die nette bist du wirst komplett fucking ausgenommen wie eine fucking weihnachtsgans wirklich überall im leben das interessiert keinen dass du kooperfähig bist keine keine gegenwehr dann machen wir weiter gucken was wir da noch raus so sind menschen ich habe die regel nicht gemacht ich bin nur überbringer der nachricht ich gehe jetzt mal ins detail als die kinder klein waren habe ich mich von ihm wenig unterstützt gefühlt oft mochte ich keine hilfe vom partner einfordern und habe versucht alles selbst zu machen in mir hat sich zugleich immer boot gegenüber meinem partner aufgebaut weil er nicht von sich aus unterstützung an bot ja auch das will ich jetzt niemandem das passiert das passiert in so vielen ehren genauso ja erst geht es noch dann kommen die kinder dann werden viele ehren erst mal schlechter dann kommt der frust ich war oft überfordert verbal aggressiv auch den kindern gegenüber ja das ich meine bevor du jetzt immer so überkritisch bist das sind wir glaube ich alle mal gewesen ob war ich neidisch wenn ich andere väter mit kinder wagen sah und die sich kümmerten ja aber du weißt auch nicht was hinter denen mauern vorgeht also nach außen sieht immer alles toll aus aber es ist nicht nur bei euch läuft es nicht so rund und ich mit den mit den kindern freunden aber nie mit partner ja auf jeden fall lange lange jahre von frust bei denen das können wir auf jeden fall schon mal festhalten die folgen meiner wut waren sex und lust das führte wiederum zu diskussionen drängeleien vorwürfen vom partner sowieso gab es immer streit um das thema er meinte ich würde mich bei vielen dingen anstellen hätte keine ideen ja das ist was sich das passiert dann halt wenn wenn die sachen nicht ausdiskutiert werden ich meine du frisst das sind nicht rein also er wirkt auf mich jetzt auch nicht gerade sehr konstruktiv er ist dann vielleicht fordernd könnte sein dass ihr so diesen klassischen attacke rückzugskonflikt habe das auch alles meinem ersten buch liebes code und so weiter habe ich auch videos drüber gemacht oder wenn euch diese ganze thematik interessiert november geht es ja wieder los einzelnen coaching ausbildung und paar coaching ausbildung könnt ihr auch gerne machen wenn ihr mal so richtig in die tiefe gehen wollt machen auch viele für sich gibt es noch zum frühbucher preis so findet ihr auch oben so im reite auf meiner webseite das ist ein punkt so er meinte ich will mich bei vielen dingen hatten wir schon muss man alle bedürfnisse des partners dahingehend erfüllen nein oft habe ich den mitgemacht die mir missfielen ja das man muss zwar kompromisse machen aber wenn du jetzt irgendwie andeuten solltest dass du mit ihm in die kiste gegangen bist obwohl es eigentlich gar nicht wollte ist das führt nur zu dass man sex immer mehr ablehnt dass uns immer immer bescheuert erfindet und dass man immer mehr das und die morgens dem partner gegenüber bekommt ich weiß es nicht die ganzen details du deutest es auch nur an ja lassen wir es mal dabei sagte nichts aus konfliktsschau und meine lust wurde immer weniger genau das meine ich im nachhinein dann die dinge wieder zu streichen führt dass es rechts zu streit weil ich dazu ja schon einmal bereit war ja also dein partner hört sich jetzt auch überhaupt nicht anders wenn er auf deine bedürfnisse geachtet hätte sag ich mal so ich will mir das jetzt mal gar nicht ausmalen aber ja das universum möchte bestimmt dass du mehr an dich denkst und auch wenn dein partner denkt dass wir sowieso schon immer an dich denkst das ist immer oft das verrückte dass man denkt überhaupt nicht an sich und der andere meint aber so du müsstest noch viel mehr machen nur weil du mal sachen nicht willst und weil du irgendwie einfach nicht sozusagen ihm 24 7 zur verfügung stehen willst naja ich würde lügen wenn ich jetzt sagen würde das hört sich irgendwie gut an so ich mache zum teil dann zugeständnisse wenn ich dann umsetzen wollen mache ich einen rückzieher was sehr viel im streit wird aber ich finde gut dass du immer gibt es ja hier anzeichen von gegen wer so auf deiner seite ihm sind äußerlichkeiten sehr wichtig jetzt kommt eine lange aufzählung vielleicht erst nicht zu sehr an triggern weil du hast auch größere sachen machen lassen auf wunsch eines partners ja das sollte man selber wollen und nicht weil es der partner wird also das ist das ist auch ein schwieriger weg weil das hört sowieso nie auf so und wenn ein partner dich nicht so mag wie du bist ja dann soll er gehen irgendwie natürlich macht man sich hübsch oder so aber das ist häufig so eine schraube ohne ende dass es nie genug wird und dann macht man irgendwas und dann ist aber immer noch nicht genug oder ist der partner immer noch unzufrieden weil diese dynamik geht ja jetzt nicht weg sage ich mal also die dynamik ist ja immer noch da auch wenn du irgendwas an die rum schraubst deswegen ist es von ihr glaube dass man damit so viel machen könnte aber gut aber das ist wieder eigentlich wieder mehr vom gleichen so ne so gut jetzt ist auch nicht so ganz klar ob das teilweise vielleicht auch doch für dich gemacht hast aber sowas sollte ich nie für einen partner machen also ich lasse das hier mal aus so andererseits soll ich mich nicht aufbrezeln wenn ich rausgehe ohne ihn ja also du sollst dich schick machen und ansonsten wenn du aber ohne ihn rausgehst sollst du irgendwie eine schleier umlegen oder was das also steht jetzt hier nicht ich mach es jetzt noch mal so dann also das ist auch so mein partner lebt in einem stängigen mangel da kommt sicherlich aus seiner kindheit ja wir alle hatten schwierige kindheiten das ist häufig ein grund wo man sachen leuten so viel durchgehen lässt was sie hat eine schwere kindheit ja sorry werte keine schwere kindheit also sicherlich hier stehen jetzt sachen die sind jetzt vielleicht überdurchschnittlich beschissen aber trotzdem ist keine entschuldigung so wir haben ständig streit wegen äußerlichkeiten ja es immer wieder dass dein partner sehr fordernd ist und du dich versuchst entweder du machst es dann fühlst du dich schlecht oder wie ersetzt sich dann wird es noch schlimmer was überhaupt nicht gut ich baute in morgen um mich ja also wie gesagt das ist wieder dieser attacke rückwärts konflikt kann auch sein dass diese mauer als wieder einen partner anträge ich versuche es jetzt mal möglichst neutral mal zu kommentieren so die stimmung ist und tagelang fürchterlich angespannt und so weiter kinder kriegen das auch teilweise mit das macht mich noch fertiger ich habe angst davor dass die kinder von einer trennung einem psychischen schaden bekommen würden ja aber können auch also eine schlecht vorgelebte ehe wo du den vorlebst dass man nicht nichts macht obwohl man total unglücklich ist das muss also kinder kopieren vor allen dingen verhalten so und jetzt kann man sagen wenn ihr euch trennt dann kopieren sie trennung aber du hast ja zum glauben dass das trennung immer was schlechtes wäre also ich sehe das überhaupt nicht so ne ich finde den kindern vorzuleben in einer beziehung zu bleiben die wirklich konsequent über jahrzehnte unglücklich ist das machen die dann auch so ne aber ich verstehe natürlich den punkt man will da keinen fehler machen das verstehe ich absolut ne mein partner bringt dieses argument auch vor ja der will ja scheinbar nicht sich trennen will einfach nur dass du funktionierst aber inzwischen weiß ich dass der schaden größer wird ich war dann zwischendurch auch noch schwer krank was muss noch passieren das würde dazu dass ich mehr mein ding machte grenzenklarer definiert das problem ist wenn beziehungen sowieso schon nicht gut laufen vielleicht sogar toxisch denn ich weiß es nicht also für mich das jetzt hört sich überhaupt nicht gut an ich würde hier nicht oder ich bin so ein bisschen zögerlich mit toxisch weil toxisch definiere ich vor allen dingen an liebessucht des pluspols weiß nicht ob das so bei der fall ist es gibt eben auch anführungsstrichen nur co-abhängige beziehungen müssen nicht zwangsweise liebesüchtig sein und das ist aber auch schon schlimm genug dann kann man auch schon komplett unter den bus kommen was da hier teilweise auch passiert aber nicht nur teilweise trotzdem kann dein mann auch unzufrieden sein so ne das müsste man aber ich habe so das gefühl dass das vielleicht schon angesprochen dass mit der paartherapie und er könnte auch so jemand sei der keinen bock drauf hat dann fällt das natürlich auch aus so dass was ich sagen wollte ist eigentlich wenn das sowieso schon so ein bisschen toxi toxi ist oder toxi leid oder irgendwas in der richtung und dann fängt man an mehr grenzen zu setzen sondern vorher nicht gemacht hat führt es häufig dazu dass sachen immer mehr aus dem ruder lauf manchmal sortiert sich's auch aber das macht ja gerade nicht den eindruck da mein partner als das genau jetzt kommt es da mein partner es nicht von mir kannte führt es wieder zu konflikten ich entfernte mich immer mehr er meint bis heute ich sei ja jetzt kommt es genau so ich sagte ich sei egoistisch herrisch und nicht verlässlich würde jeden rumkommandieren und unterdrücken gut aber wir müssen akzeptieren dass dein partner natürlich eine eigene sichtweise hat fühlt sich immer von mir vernachlässigt nicht genug wertschätzt würde seine bedürfnisse nicht nur nicht erfüllen sondern auch verurteilen schlecht machen offensichtlich scheint so bettsport ein großer bereich zu sein bei euch so wir haben schon erkannt dass wir so nicht weiterkommen und dass es nicht konstruktiv ist man immer wieder im alten film wie kommt man da raus schlimm ist auch dass er immer wieder meint ich sei allein verantwortlich das ist big fucking red flag muss man das nicht diskutieren ich habe das gefühl ich muss ständig liefern ja also eskaliert scheinbar immer mehr wie soll man jetzt am besten vorgehen ich habe das gefühl ich bin nicht die frau die er braucht aber ich kann mich auch nicht trennen die amivalenz ist so gut das ist natürlich ein glaubenssatz der einfach nicht stimmt natürlich kann du dich trennen du ich sag's jetzt mal so brutal du willst es bisher noch nicht weil die kosten nutzen abwägung für dich noch negativ ausfällt aber ich eins kann ich dir sagen man bei trennungen unterschätzt man häufig den gewinn und überschätzt nehmen unterschätzt was eine trennung dir bringen könnte und überschätzt die beziehung so ein bisschen das ist eigentlich ganz häufig so weil wir neigen als menschen immer dazu wollen uns halt nicht gern verändern lange immer dazu dass höher zu werten was man hat was eigentlich falsch ist das ganz einfach falsch aber es ist natürlich auch richtig dass ich vermute mal ende 40 steht ja überhaupt keinen spaß macht das ist der drecks dating markt mit ende 40 ätzend aber noch mal willst du das bis 90 so weitermachen so kann ich nach 30 jahren ein eigenes leben auch vor mich dort zurecht finden absolut habe ja neulich ein video zugemacht für jemand der das gemacht hat und total happy damit war das heißt jetzt nicht dass du dann in sechs monaten in einer neuen sicheren tollen beziehung fährst vielleicht bleibst du lange single das wissen wir alles nicht aber du hast auf jeden fall hört diese wird das aufhören und du musst muss man sich seine schuldgefühle angucken und dass man sich trennt und wie lange dauert bis man den trennungsschmerz überwunden hat also ich kann mir vorstellen wenn du das einmal eine wohnung hättest und raus wärst das glaube ich eine sehr große erleichterung einsetzen würde und vielleicht wird damit müssen abstand noch mal was kommen aber ich glaube nicht dass es so schlimm ist wie du dir das vorstellst ich bedanke mich schon mal jetzt oder genau kommt noch die frage dauert das ein drittel der zeit nee das kann ich mir am besten will nicht vorstellen du bist ja so unglücklich so falls eine ähnliche frage schon einer folge gesprochen wurde wäre ich über die nummer in der folge dankbar ich über chronologisch und bin bei nummer 91 also hörst du ja mal den podcast den gibt ja auch euren dopamin podcast habe ich sehr geliebt ja also ich würde sagen ich sage jetzt mal im zweifel für die angeklagten sage ich mal macht ihr vielleicht noch eine paar therapie weil die kann einem auch bei einer trennung enorm helfen weil man dann vielleicht sieht hier wird sich absolut fucking nichts ändern das kann man paar therapie ist unheimlich gut darin solche zustände aufzulösen und in eine richtung zu schicken man weiß es nicht in welche richtung aber man das hört sich jetzt wirklich nicht so gut an bei euch sag ich mal wenn dein mann aus irgendwelchen gründen also wenn du ganz genau weißt das wird nix beziehungsweise er das abgelehnt hat das ist an sich schon prognostischen ganz schlechte geschichte oder wenn er sagt nach einmal aufhört obwohl das eigentlich ordentlicher paartherapeut war und so dann ja aber sowohl da drin bleiben das kann man dir wirklich nicht empfehlen und ich glaube aus eigener kraft kommt ihr da nicht raus das ist auch nicht dass ihr irgendwas falsch macht das kriegt man einfach also würde ich als paartherapeut einfach irgendwann auch nicht mehr hinkriegen man kriegt das auch bei der eigenen beziehung nicht hin man einfach zu sehr drinstecken und also und überlegt ihr immer dass je länger du wartest wenn sowieso die trennung irgendwann kommt umso weniger schöne jahre hast und ja und es wird es wird immer schwieriger es kostet es muss man sich halt überlegen aber es ist eine entscheidung letzten endes gibt es da kein richtig oder falsch auch wenn sich das werden wahrscheinlich auch viele kommentieren sich schon wenn du das jetzt glaube ich auch einer freundin erzählst ich glaube du wirst da immer die gleichen antworten können dass das glaube ich kein modell ist also natürlich könnte man jetzt kommunikationstipps geben aber ich habe das gefühl das ist so verfahren da kommt man würde mal so ohne paartherapie nicht weiterkommen und selbst das sieht wahrscheinlich nicht so supi gut aus hier ja in diesem sinne wahrscheinlich man könnte sich natürlich jetzt auf deinen mann stürzen aber ich ja es ja also wer auch immer jetzt was gemacht hat will da jetzt auch nicht so urteilen immer da müsste man jetzt auch die details kennen glaube ich ist ja offensichtlich auch sehr unzufrieden und vielleicht bist du auch nicht mehr die richtige frau für ihn kann durchaus sein auch wenn er hier natürlich sehr oberflächlich und sehr unempathisch rüberkommt natürlich schon echt sagen also tut schon ein bisschen beim lesen weh muss ich echt sagen vor allem wenn man diese wenn man sich jetzt noch fantasiert was da zwischen den zeilen vielleicht noch so steht riecht man schon so ein bisschen gänsehaut aber naja ich zumindest in diesem sinne macht die frage kurs gibt übrigens auch ein paar kurs der ist aber nur bei die meine paartherapie geschichte zu erreichen ab und zu mache ich auch noch mal ein paar therapie also wenn ihr da einer von den städten wohnt wo ich so unterwegs bin dann könnt ihr euch gerne bei mir melden aber kommt mir jetzt nicht mit irgend so einer super toxischen beziehungen das habe ich auch schon mehrfach auch in videos gesagt also offensichtlich mega toxischen beziehungen da mache ich auch keine paar therapien würde das auch nie beim empfehlen in diesem sinne wir sehen uns bald wieder schau ihr lieben